Hallo meine Lieben und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal oder beziehungsweise auf unserem Kanal. In letzter Zeit sind relativ wenige Videos von uns beiden gekommen, immer nur von mir. Ich habe heute, als ich auf der Arbeit war, ein Video geschickt bekommen von eben der Marie. Und sie hat gemeint, ich soll es mir alleine anschauen. Und ich dachte jetzt, also ich weiß schon ein bisschen, um was es geht. Und ich dachte einfach, wir schauen es jetzt zusammen an. Weil ich weiß auch, den ersten Text weiß ich schon. Deswegen dachte ich, ich gucke nicht weiter, sondern werde es euch hier auf jeden Fall mit einbinden. Deswegen sind sie auch schon relativ hier hüben. Und ja, auf jeden Fall hat sie mir ein Video geschickt. Und wir werden das jetzt mal auf meinem, also ich werde es mir jetzt anschauen und werde quasi hier drauf reagieren. Und ihr, ich blende euch hier ein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Okay, ich muss anscheinend immer auf Fauste klicken. Ähm, weil man es glaube ich sonst nicht lesen kann. Ah, und noch kurz. Ähm, ähm, ähm. Ich werde euch zur Not den Text auch nochmal unten in die Infobox schreiben. Dann könnt ihr den euch da nochmal durchlesen, was sie denn genau auf die Zettel geschrieben hat. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Woppy. Ähm, ja, wenn ihr mehr, also wir, ich werde nicht nicht, also ich werde auf keinen Fall mehr erzählen, was zwischen uns beiden los war. Ähm, es sind Wörter, also es sind keine Schlimmwörter gefallen. Es sind so Wörter gefallen wie sowas Asoziales wie du. Ähm, ja, aber wer das jetzt jüngst geschrieben hat, ist völlig egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, hat sie sich nicht sehr gut verhalten, muss ich sagen. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Ich stelle mal den Laptop gegen, dann sehe ich besser vielleicht. Das kann sein, dass es vielleicht dir über den Kopf geworfen ist, aber ja. Das stimmt, ich habe ziemlich viel Sachen an den Kopf geworfen bekommen und... Aber ich bin mal gespannt. Weil da ja steht, ähm, ob wir uns nochmal persönlich treffen und aussprechen können. Ähm, bevor jetzt einige in die Kommentare schreiben, habt ihr oder habt ihr euch nicht persönlich getroffen? Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gedreht habe, haben wir uns noch nicht persönlich getroffen, weil sie einfach nicht im Ort war, wo wir beide wohnen. Aber sobald, ähm, wir uns ausgesprochen haben, wird dazu auch ein Video kommen. Also das ist auf jeden Fall safe. Ähm, ja. Ja, das war das Video. Also, ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin an sich von der Idee sehr, sehr begeistert, dass man sich auf so eine Art und Weise auch entschuldigen kann. Und ich bin ja eigentlich auch echt gar nicht böse. Nur, ähm, ich verstehe ihr Verhalten einfach nicht. Und das ist halt so das Ding. Wieso, weshalb, warum ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und warum ich halt das ganze Zeug im Moment alles alleine mache. Eben wegen ihrem Verhalten. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall mit ihr treffen und werde mich mit ihr aufsprechen und hoffen, dass das alles gut wird. Und, ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Ich verabschiede mich auch jetzt schon, weil, ähm, es soll ja nur ein kleines Reaction-Video werden. Und, äh, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, klickt auf den Abonnieren-Button. Dann könnt ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Und wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, dann schreibe ich euch mal hier hin. Äh, so heißen wir. Genau so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.